Florian, am 05.02. ist der nächste Lanschlehre. Was ist das genau? Lanschlehre ist eine Veranstaltung, bei der Lehrende meistens Lehrkonzepte vorstellen und dabei auf verschiedene Innovationen eingehen zum Beispiel, die für andere Lehrende auch von Interesse sein könnten an der RWTH. Und du wirst beim nächsten Lanschlehre die Sandbox vorstellen, die ist hier im Hintergrund zu sehen. Was ist das genau? Die Sandbox ist ein Konzept, das wir schon seit einigen Jahren mitentwickeln. Es kommt ursprünglich aus der Geografie. Wir werden auch einen Kollegen mit dabei haben bei dem Lanschlehre, der dieses Konzept aus der Geografie vorstellt. An sich ist es tatsächlich eine Box mit Sand. Und wir messen die Oberfläche des Sandes mit einer Microsoft Kinect, mit einem Sensor, übertragen das dann in den Computer, berechnen daraus digitale Inhalte und projizieren diese Inhalte zurück auf die Oberfläche des Sandes. Das gibt uns eine Riesenmöglichkeit, um verschiedene Arten von digitalen Inhalten wirklich haptisch zu präsentieren. Eine typische Frage zum Beispiel wäre jetzt, wenn ich jetzt das Gelbe wäre zum Beispiel mein Grundwasserleiter. Der ist hier an der Oberfläche, aber mein Haus ist jetzt hier drüben. Nehmen wir hier zum Beispiel so einen Marker für das Haus. Was wir jetzt uns fragen typischerweise ist, wie tief müssten wir hier bohren, um an das Grundwasser zu kommen? Wir können jetzt diese Position genau erkennen über diesen Marker, der hier drauf dargestellt ist, und das berechnen einerseits. Und andererseits können wir dann hingehen und tatsächlich einfach nachschauen. Wir können einfach hier graben und sehen dann, okay, wo kommt denn der Grundwasserleiter? Hier noch nicht. Wir müssen also ein bisschen tiefer gehen. Da ist er. Und wenn du sagst haptisch, da kann dann beim Lanschleere auch jeder nach herzenslos reingreifen? Ganz genau. Wir werden also zwei Sandboxes dabei haben, damit jeder ein bisschen das ausprobieren kann, wie das funktioniert, ob das vielleicht spannend ist, ob es Spaß macht oder nicht. Das ist ja auch wichtig. Und wir werden auch viele Ideen mitbringen, die für andere auch interessant sein könnten, wie man das übertragen kann auf Bereiche auch außerhalb der Geowissenschaften. Okay, ja, dann freue ich mich auf die Veranstaltung und danke für das Gespräch. Ja, bitteschön. Danke fürs Interesse. determ обязательно! Beantwortet Ich Como Something Beantwortet Ich Was 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 W Was 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 Was